Das ist alles selbst gebaut und der Dini macht sich startbereit, der deutschen Motor mit Turboaufladung. Das ist genau das, warum man zum Pullen geht, das ist nicht für eine Serie, das ist nicht irgendwie. Und der Ausgängerin ist klar, der Faktor ist so geil, hat man einen Applaus für die Jungs hier, wir haben Dini, auf den Kopf, super. Und der Faktor ist nochmal richtig weit nach vorne für die Jungs und da gibt es einen Applaus in der Arena für diesen fantastischen Bau. Und die Mechaniker, die Jungs, die sind außer Rand und Band und ich freue mich, dass hier mit Ihrem Piloten richtig, richtig guter Auftritt Diesel in der 950-Jährung-Klasse. Soll der Auftritt von Ihnen, Traktor arbeitet, Traktor funktioniert und ist hier abgeklappt von den Mechanikern an der Strecke. Super, Brustige Säcke! Hopp, Rennenkopf! So ist richtig, Linnereck kommt nochmal, es wird gefeiert für die Dini und Sanderwächter-Fahrtraten. Schönen Applaus für die Jungs, das Rennemer.